Ja, ich habe mir das selbst beigebracht, rausgefunden, durch Lernen, durch Versuch und Irrtum. Ja, und als das Coronavirus bekannter wurde, jeder hat nach Coronavirus gesucht. Und mir war klar, ich will was gegen, zwar nicht direkt gegen das Virus, aber du weißt, was ich damit meine. Ich bin also klar, Anti-Corona-Virus und weil es eben eine Hypnose werden sollte, Anti-Corona-Virus-Hypnose. Ja, vor ungefähr 14 Tagen hatte ich dieses Audio dann in den großen Online-Shops, überall auf dieser Welt. Zwei Tage, ja, zwei Tage dauerte es. Und vormittags hat ein erster Fernsehsender bei mir angefragt per E-Mail, ob ich bereit dazu wäre, noch am selben Tag ein Video-Interview zu meiner Anti-Corona-Virus-Hypnose zu geben. Ich habe dann erst mal das Umfeld abgecheckt, weil ich sicherstellen wollte, dass das nicht irgendeine Sendung ist, wo das Ganze down gemacht wird, wo das Ganze belächelt wird. Dazu hatte ich keine Lust. Und als ich den Eindruck hatte, ja schon,